so lebensmittel voll explosives voll das heißt wir machen einmal so eine so was und noch mal eins so dann können wir das hier wieder gleich mitnehmen voll ausgerüstet okay ich glaube die erste trophäe in dem spiel wo ich bekommen habe ich finde das spiel ist eigentlich eines der wenigen spiele wo fast keine trophäen hat ich glaube nur 24 und davon sind glaube acht stück mit den schwierigkeitsgraden irgendwie verbunden mit normal normal plus schwer schwer plus und so vor allem weiß ich gar nicht was es plus bedeutet aber es gibt groß gar keine trophäen ungefähr 100 headshots oder so gibt es komischerweise nicht da waren sie glaube ein bisschen voll um die trophäen zu machen sagen wir bei einem schaden gab es ja ich auch genügend gab es irgendwie 50 kills mit der waffe mit der waffe und headshots und keine ahnung so lauter hallo zeugs okay da ist schon was ich habe halt mal keinen plan wo ich hin muss darin will ich jetzt nicht weil dann gegner irgendwo steht aber ich werde ich muss in die richtung so was ist das da oben zehn stück gleich lauft einer rum und waren das meine schritte gerade gemeint ich ich nochmann so was haben wir hier nix au doch sprengschlauch sogar so fast aus als wäre nichts drin gewesen so munition voll und hier auch leer na toll könnten sogar hier runter aber ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist hm das hört sich ja gar nicht gut an warum bin ich auf dem klo aha aha ich will nicht stören beim scheißen also ich habe keinen fetisch zumindest nicht so ein na lecker ich frage was mehr gestungen hat seine kacke oder die verweste leiche so ich glaube wir müssen wirklich runter es sind schon zwei wege die nach unten gehen oder müssen wir da hin wo das komische viech war da waren wir hier schon munition voll so aber noch mal kurz still sein hm hier geht's glaube ich ne das ist zugeschüttet jetzt nicht nach oben ne hier sind ja die leite hoch also wir waren ja schon hier unten hier und dann gehen wir noch mal kurz nach oben und du musst hier denke ich dann mal eine treppe sein und so ein treppenhaus wo wir hoch kommen ja eben hier höre ich wieder was ja das war ja in der ecke wo ich den gehört habe so na der sprudel hier schön die sporten raus so hier ne da kommen wir wohl nicht weiter da liegt noch was und da ist ne türe na flasche brauche ich nicht na los na schlüsselkarte und jetzt rennt eine rum da will die sich auch anhören alter warum rennen die jetzt alle hier rum da war doch noch gar keiner vor allem sind es glaube keine clicker und ich will jetzt aber nicht rumballern so weiß ich soll ich vielleicht mal meinen lausch modus mal hier weiter aufmachen obwohl wir haben 90 und hier mit dem schwanken brauchen 100 na komm da warten wir noch kurz ja lausch muss ich halt doch noch so ein bisschen wenig toll da unten ist ja glaube ich wieder wasser so wenn wir die hier mal hinlocken so und dann so eine splitterbombe rein aber das interessiert grad groß gar keinen da drüben ist jemand da oben ist jemand direkt an der leiter oder an der treppe oder vorne da kommt jetzt in meine richtung irgendwie weil die rennen auch immer so schnell rum das finde ich jetzt aber nicht nett deshalb würde ich sagen probieren wir uns wendern mit dem bogen ich weiß nicht dass sie alle auf mich gehen wow 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 die sind nicht alle hier in einem gang unterwegs ohje das kann immer so was werden na da stehen sie beide da bei sind es nur drei so viel sind es nicht aber man sollte sie halt auseinander bekommen nein 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 Alter kommt der da einfach um die Ecke gerannt na jetzt wird es interessant na komm einen haben wir glaub nein 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 Alter die sind ja sogar noch alle drei da ja ich hasse die Dinger so komm ein hammer so hinter mir ist keiner ich hab halt keinen bock irgendwie zu schießen nicht dass irgendwie doch noch mehr kommen so Alter aber wie die einfach da rum gerannt ist um die Ecke so was macht der guck mal wie der das weiß gibt's ja gar nicht Hallöchen Alter noch ein Schlag aber ich höre halt immer noch welche aber ich höre halt immer noch welche wir brauchen eine Schlüsselkarte das wird jetzt hier zu dass ich die immer höre Hallöchen Lady Au die ist schön gestolpert das war ein bisschen mies aber ist mir egal die sind immer in der Überzahl so jetzt ist sie auch mal ruhig so ich frage ich vielleicht die Schlüsselkarte unten ich weiß es nicht ich schau mich noch hier oben um da in dem Klo waren wir schon da ist noch jemand beschäftigt oh hier ist ein Überwachungsraum hier müsste doch was sein hier hier sieht doch gut aus Hotel Schlüsselkarte jo dann gehen wir wieder zurück ich glaube wir können auch ein bisschen schneller laufen Munition voll so ähm doch ich bin glaub richtig hier so so jetzt bin ich mal gespannt Hallo was geht jetzt ab habe ich irgendwie die falsche oder ja wo sehe ich das kann man das irgendwo anschauen das sind die Artefakte da Hotel Schlüsselkarte so hier haben wir eine Lampe gerettet ein bisschen schütteln hier so das müssen wir nicht sein oder der Hotel Grand Security Access hört sich auch gut an Karte zur Sicherheitstür vom Hotel Grand okay und warum funzelt das nicht brauche ich eine andere oh man so wir waren hier wir waren hier wir waren da wo war der Sicherheitsraum der war hier aber da gibt es ja groß nicht mehr auch kein Hinweis so dass die falsch ist oder dass wir noch eine zweite brauchen oder so hier liegt eine Flasche rum so manchmal denke ich immer das die Schritte die hören sich von mir manchmal so komisch an als wären da noch zweite Schritte aber ich bin hier glaubt gerade alleine so hier ist verbarrikadiert ja dann dann dürfen wir unten mal suchen denke ich mal wenn das nicht so funktioniert wie geplant ich hoffe die Viecher von unten sind nach oben gekommen nicht dass da unten noch jemand rumrennt oh hallo was haben wir hier schönes können wir wirklich Strom anmachen so und heppa und noch einmal und das oh nein klicker es war natürlich klar dass es nicht schlau war so kommt das zu mir na alter das ist ein dicker na nein nein